Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich heiße Sie willkommen in meiner bescheidenen Werkstatt. Das sieht alles nach sehr harter Arbeit aus. Sind Sie, sind Sie alleine hergekommen? Ich hoffe, das schockiert Sie nicht. Ich hoffe, das schockiert Ihren Herrn Vater nicht. Weißt du davon? Natürlich werde ich Ihnen davon berichten. Ich habe nicht damit gerechnet, Sie wiederzusehen. Ich konnte einfach nicht aufhören, an Sie zu denken. Ich habe nicht gerechnet, Sie haben eine Verkaufung. Ich habe nicht gerechnet, Sie haben eine Verkaufung.